Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier im Clubraum. Das Thema des Vortrags ist Fischierung von politischen Organisationen und Bewegungen. Der Referent ist Christoph Müller von Grundrecht der Schweiz. Danke, guten Tag miteinander. Ja, ich bin Christoph und der Viktor Björfi, der Präsident vom Grundrecht der Schweiz, konnte heute leider nicht kommen. Ich werde euch so etwas erzählen in diesem Ablauf mit dem Überblick, zuerst ein Rückblick auf den Fischungskandal von vor 30 Jahren. Dann, wie die Situation heute ist und was wir daraus lernen können und versuchen zu lernen. Rückblick, am Anfang war ein Telefon, ein Telefongespräch. Das ist eine Broschüre, die wir gemacht haben, 20 Jahre nach dem ersten Aufbrechen 1989. Es kam alles dort nachlesen, ein Telefongespräch zwischen der damaligen Bundesrätin Elisabeth Kopp und ihrem Mann Hans W. Kopp. Das hat dann dazu geführt, dass eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt wurde, eine PUC. Man diskutiert das im Moment ja gerade auch hier mit der Krypto AG, ob es so eine PUC geben soll. Die hat sehr viele Kompetenzen, die kann also Befragungen machen, in die Kälter runtersteigen und so. Das haben die dann auch gemacht und haben dann in den Kellern, in den Archiven der Bundespolizei, rund 900.000 Fischen und Dossiers gefunden. Das heisst, etwa 15% der Bevölkerung damals hatten so eine Karteikarte. Wenn wir jetzt zählen, so, wir haben das 1,3567, 1,3567, 1,3567. Hier sieht man so einen Aktenschrank. Es gab da einen Bericht, der PUC-Bericht, Vorkommnisse im EJPD, so ein Name, die Vorkommnisse. Und es gab zusätzlich auch noch eine weitere PUC zum Militärdepartement, EMD. Die Geheimdienste waren damals getrennt, heute sind sie zusammengeführt. Der Hintergrund dieser Geschichte, dieser ganzen Fischierung, ist eigentlich die Angst vor dem Kommunismus. Oder war die Angst vor dem Kommunismus seit dem Zweiten Weltkrieg sehr stark zum Kalten Krieg. Ich weiß nicht, kennt ihr das Zivilverteidigungsbuch? Wer von euch kennt das Zivilverteidigungsbuch? Solltet ihr unbedingt mal lesen oder reinschauen. Es ist wirklich haarsträubend, was dort alles drin steht, so wie man sich verhalten müsste, wenn dann der böse Feind kommt. Das war so der Hintergrund. Das Archiv Schnüffelstadt Schweiz, das war dann eine Stiftung, hat möglichst viele von diesen Tischen gesammelt. Und hier sind so zwei Beispiele. Ein 14-jähriger Radio-Fan hat Radio-Moskau-Sendungen gehört und hat dann eine Karteikarte erhalten. Das zweite Beispiel, das sehr bekannt wurde, über die Nationalrätin. Und trinkt abends gerne ein Bier, Ausrufezeichen. Da kann man sich dann fragen, was soll das? Zum einen sind diese Einträge, oder viele dieser Einträge sind einfach dilettantisch, anfängerhaft. So, denken, hä, was soll denn das Ganze? Aber man darf nicht vergessen, dass es auch recht gefährlich ist oder war. Es gab eine Extremistenliste, also einzelne von diesen Karteikarten waren besonders markiert. Und in einem Krisenfall oder in einem Notfall hätte man dann diese Personen geholt, aus den Wohnungen, vom Arbeitsplatz geholt und interniert. Es war alles vorbereitet, wo dann diese Internierungslaufe gewesen wären. Und es ist dann nie so weit gekommen. Aber man darf auch nicht einfach nur so drüber lachen, was die damals gemacht haben. Auch wenn es, ich weiss nicht, vielleicht 99% aus heutiger Sicht ein bisschen unwinnig ist, ist doch 1% oder 5% wirklich sehr gefährlich. Hier ein Auszug aus dem Staatsschutzbericht der Stadt Zürich. Neben dem eidgenössischen Bericht gab es im Kanton Zürich einen Spezialbericht, im Kanton Baselstadt und in der Stadt Zürich. Dieser Stadtzürcher Bericht ist sehr interessant, weil er sehr ausführlich ist und auch aus einer kritischen Haltung herausgeschrieben wurde. Das ist ein Auszug von überwachten Organisationen. Das geht seitenweise weiter. Also wir haben zuerst da links oben die Alternative Bank, ABS, dann Christliche Friedensdienst, Disco-Syndikat, GbH, Gruppen XOA, Gruppe Schweizer Armee, IG Velo, noch Geräte, dann natürlich Anti-Imperialisten, KGI, so. Aber auch Parteien, Jungsozialisten, das geht dann weiter. Die Rote Fabrik ist übrigens dort auch geführt. Die hatte auch eine solche Fische oder stand auch auf dem Radar der Überwachung. Die Stadt Zürich hat diese Abteilung KK3 aufgebaut im Auftrag des Bundes und auch die kantonalen Stellen waren so Filialen der Bundespolizei in den Kantonen. Und die haben ihre eigenen Fischen auch geführt, zum Teil doppelt, eine Kopie nach Bern geschickt. So hat das damals funktioniert. Die Folgen von diesem Fischen-Skandal zum ersten, ich glaube es so nenne ich jetzt mal Revisionen, ja. Es wurde ein Ombudsmann eingesetzt, der Omilo Guntern, CVP Wallis, ein älterer Herr, so. Und der hat dann der Bevölkerung oder allen, die eine Anfrage stellten, geholfen, dass sie ihre Akten, ihre Parteikarten auch einsehen konnten. Es wurde ein Datenschutzgesetz geschaffen. Vorher gab es keine gesetzliche Grundlage für die ganze Fischierung. Und es wurde ein Staatsschutzgesetz geschaffen, das Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit, Bevis. So, das sind so die Folgen auf politischer Ebene, wie man versucht hat mit dem Problem, mit dem Skandal umzugehen. Und das ist nebenbei gesagt ein bisschen ein Problem, das wir immer wieder antreffen bei Grundrechten und wahrscheinlich auch andere Organisationen. Wenn man sagt, ja, aber das geht nicht, das ist illegal, was sie da machen. So, ja, okay, dann machen wir halt ein Gesetz. Und da kommt man dann auch nicht wirklich weiter. Hier, was ich auch unter Revision, als Revision nennen könnte, man hat dann gesagt, von jetzt an sind das nicht mehr grüne Sau, Anti-Akw-Sau, linke Sau, Pazivisten-Sau, sondern das sind nicht Menschen. Zweite Folge, von der Zivilgesellschaft her, Proteste. Rund 100.000 Menschen haben damals Akteneinsicht verlangt. So, 1990 wurde eine Volksinitiative gestartet. SOS, Schweiz ohne Schnitzelstaat, die hat die Unterschriften relativ schnell zusammengekriegt. Aber die Abstimmung wurde dann um acht Jahre verzögert, so, was eine lange Zeit ist. Der Skandal war dann inzwischen abgeflaut. Und leider hat man dann haushoch verloren. Also mit 25% Ja-Stimmen diese Initiative verloren. Die Stimmung hat sich geändert. So, es war nicht mehr die Skandalsituation von 1989. Trotzdem sollte man sich ein bisschen in Erinnerung halten, dass das damals eine große, wirklich eine große, starke Volksbewegung wurde. Es gab Demos. Die grösste Demo dieser Zeit mit 35.000 Menschen. 1990, Schluss mit dem Stüffelstaat und in der Mitte dann schnüffelt an euren eigenen Ärschen. So, das war die Parole oder die Haltung dann. Und es gab so auch Proteste, Sit-ins vor dem Gebäude der Bundespolizei an der Taubenstraße, wo man einfach halt hingestanden ist und hat gesagt, okay, aber jetzt wollen wir Einsicht in diese Tischen und das muss aufhören mit dieser Bespitzelung. Also es war wirklich eine starke Bewegung. Man muss sich da auch ein bisschen vor Augen halten, dass es ein bestimmtes Zeitfenster war in der politischen Geschichte. 1989, Zusammenbruch des Ostblocks, XOA-Initiative zur Abschaffung der Armee. Eine Bewegung, die nicht nur jetzt von den Fischen her kam, in diesem Fischenskandal, sondern eben auch weiter verbreitet eine Aufruhr zeigte, dass man nicht mehr so zufrieden ist. Also Ende des Kalten Krieges, das war sicher eine Krise für den Ostblock, ganz klar, aber es war eben auch eine Krise für den Westen, weil das Beinbild aufhandengekommen war. Oder das Beinbild hat nicht mehr dieselbe Präsenz gehabt. Das heisst, man musste dann wieder neue Feindbilder suchen. Das dauerte eine Weile, so, dann gab es 9-11, Beinbild Terroristen, Beinbild Bedrohung der inneren Sicherheit. Das sind dann die neuen Stichworte, unter denen dann wieder die Geheimdienste Informationen gesammelt haben. Technische Änderungen, das kennt ihr alle sehr gut, denke ich. Nicht mehr Karteikarten, sondern es sind Computerdatenbanken, man hat eine Vernetzung, eine digitale Vernetzung, man kann die Daten digital sammeln, man kann sie kombinieren, man kann sie replizieren, man kann sie übrigens auch fälschen, viel einfacher, wenn sie digital sind. Und es gibt neue Möglichkeiten, die dann zu verarbeiten mit Algorithmen, mit Verknüpfungen erstellen. Wie das genau funktioniert beim Nachrichtendienst, wissen wir nicht oder wissen wir noch nicht. Wir würden das gerne mal ein bisschen herausfinden, aber das ist noch ein bisschen ein Weg, bis wir dort sind. Also die Fischenfritze, das ist so das, diese Schnüffelrappe war das Maskottchen der Bewegung sozusagen, das mit dem Schlapphut, das hat jetzt nicht mehr Fischen sortiert, so Karteikärtchen, sondern hat jetzt auch ein Computer bekommen und hat dann die Fischierung auf Computern weitergeführt. Die rechtliche Situation, was auch neu wurde, war dann ein Nachrichtendienstgesetz, als Nachfolge des Bundesgesetzes zur Wahrung der inneren Sicherheit, BWI. Nachrichtendienstgesetz mit erweiterten Möglichkeiten auch, hat ganz klar eine Zweckbestimmung im AD4-6. Der Zweck wäre Situationen von Terrorismus, Verbot im Nachrichtendienst, Nonproliteration von ABC-Waffen, Angriff auf kritische Infrastruktur, Strukturen und gewalttätig Extremismus. Also in diesen Bereichen durfte der Staat dann sammeln und auswerten. Es gibt aber auch eine Einschränkung, ganz klar, Artikel 5 dieses Nachrichtendienstgesetzes steht, der Nachrichtendienst des Bundes beschafft und verarbeitet keine Informationen über die politische Betätigung und über die Ausübung der Meinungs- und Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der Schweiz. Das steht schwarz auf weiß in diesem Artikel 5 im Gesetz. Was jedenfalls neu war, ist, dass man ein Einsichtsrecht hat, man hat ein Recht, die Daten einzusehen. Es gibt Ausnahmen, das kann einem verleidert werden unter bestimmten Umständen, aber im Prinzip haben wir alle ein Recht, einen Einblick in unsere Daten zu erhalten. Das heißt, gelb unterlegt, bitte stellt ein Einsichtsgesuch. Das ist ein Brief, also für eine Privatperson ist ein Brief an den Nachrichtendienst des Bundes, hiermit verlange ich Einsicht in meine Daten, Kopie der Identitätskarte oder des Passes, so. Und dann müssen sie eigentlich antworten. Ob sie es dann machen oder nicht, ist eine andere Frage. Ich warte seit letztem Juli auf meine Fische. Aber eigentlich müssen sie das machen. Und wenn das viele Leute machen, dann werden sie auch ein bisschen nervös. Also das würde ich sagen, ist jetzt uns von Grundrechte Schweiz zusammen mit anderen, die auch Anfragen gestellt haben, ein bisschen gelungen, dass sie dort in Bern ein bisschen nervöser werden. Und dann, ui, das läuft jetzt nicht mehr alles so rum. Sie sind ziemlich überlastet mit diesen vielen Anfragen. Das heißt, sie spüren einen gewissen Widerstand. Wer von euch hat schon einen Einsichtsgesuch gestellt? Ah, doch, schon einige. Und Antworten erhalten? Wir sind vom Grundrechte Schweiz sehr froh, wenn wir kopierende Antworten erhalten, insbesondere wenn Einträge bestehen, sodass wir uns langsam ein Bild verschaffen können, wie funktionieren die eigentlich? Was passiert da? Welche Verknüpfungen erstellen sie? Ein weiterer Grund ist auch, dass man durch solche Sammlungen eher herausfinden kann, wo Spitzel stecken. Also, die Geheimdienste funktionieren unter anderem mit Spitzeln, die sie einschleusen. Und wenn man verschiedene Tischen hat, kann man dann vielleicht herausfinden, wo diese Spitzel stecken könnten. Also, als Privatperson ist es ganz einfach, als Organisation ist es auch sehr einfach, ein Brief schreiben. Dann muss man auch belegen, dass man zeichnungsberechtigt ist, bei diesem Verein oder dieser Stiftung oder was auch immer. Aber es ist eigentlich nur ein Brief, wirklich nicht schwierig. Ein Beispiel aus der aktuellen Fische von Grundrechte Schweiz, das haben wir im Juni letzten Jahres erhalten. Es gibt zwölf Datenbanken beim NDB. Die Jasa NDB, Jasa Gags NDB, Index NDB, Geber, das ist die Geschäftskartei sozusagen. Also, man erhält dann Auskunft darüber, ob man in einer von diesen oder in mehreren von diesen Datenbanken fischiert ist. Wir haben vom Grundrechte her drei Arten von Einträgen erhalten, also Einblick erhalten. Einerseits Einträge zu Antworten nach Vernehmlassungen, wo wir uns als Verein geäußert haben, zu einem Gesetzesvorhaben. Das ist absolut, hundertprozentig legal. Ich meine, was ist daran terroristisch? So, Einträge aus Medienberichten, so aus Zeitungen. Und das ist eher für uns ein bisschen absurd, weil es gibt eine Schweizerische Mediendatenbank, es gibt LexisNexis, es gibt Activa. Also Datenbanken, die zwar nicht öffentlich sind, privat, aber die wir einsehen können. Also ich kann in eine Bibliothek gehen, in die Zentralbibliothek Zürich und dann in LexisNexis nachschauen, wo Grundrechte Schweiz erwähnt wird. Also dazu muss ich ja nicht eine eigene Kartei erstellen. Das gibt es ja alles schon. Aber diese Geheimnis kostet ja auch Geld. Also man fragt sich dann, was die da machen. Drittens, und das ist vielleicht der interessantste Punkt, zensierte Einträge. So, von denen wir nicht viel wissen. Ein Beispiel ist die Beilage 17 zur Tageslage. Tageslage 22. Oktober 2015, geheim. So, keine Ahnung, was da steht. Es ist geheim, Sie geben mir eine Kopie, ja, danke. Aber ich weiß nicht, was da drin steht. Beilage 18, auch wieder eine Tageslage. Offenbar produzieren die jeden Tag eine Tageslage und schreiben dann irgendwas hin. Keine Ahnung, was das ist. Oder hier ein kantonaler Lagebericht. 2015, für Delis-Bereiche, von einer Staatsanwaltschaft. Wir haben dann ziemlich schnell herausgefunden, dass es ziemlich sicher Basel-Stadt ist. Weil das Logo, jeder Kanton hat so ein schönes Logo und das ist jetzt das Logo von Basel-Stadt. Keine Ahnung, was da drin steht. Allgemeine Bedrohungslage, irgendwas. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also dort wird es dann auch gefährlicher als bei Zeitungsberichten. Wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, so diese Übersicht. Ich sehe es gar nicht, aber ich kann es ja so zeigen. Wir haben also so blau hinterlegt Einträge in dieser JASA-Datenbank. Fünf Einträge zu Tageslagen, haben wir zu dem Tageslage geschwärzt. Zwei Einträge zu einer, weil Grundrechte Schweiz eine Demo unterstützt hat für die PKK, die kurdische Partei, was auch überhaupt nicht verboten ist in der Schweiz. By the way, die PKK ist auch nicht verboten in der Schweiz. Dann in der Mitte ist einfach diese Geschäftsbearbeitung. Dann 68 Einträge, wie ich gesagt habe, für den Lassungsantworten, Zeitungsartikel. Und dann in einem OSINT-Portal, Open Source Intelligence, also was ich auch einsehen kann, irgendein Zeitung lesen und so, sind dann sechs Einträge, Medienmeldungen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das ist so ungefähr die Rückmeldung zu unseren Einträgen. Nummer 6 in der Mitte, ELD, ist die Auskunft aufgeschoben. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Kann es ja geben, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass, vielleicht haben wir wirklich technische Schwierigkeiten mit ihren 12 Datenbanken. Da wissen wir einfach noch nicht, was da drin steht. Werden wir vielleicht später mal erfahren. Im Vergleich dazu eine Fische, oder eine Dokumentation, die wir erhalten haben, von einer Umweltorganisation. Ich nenne sie jetzt Organisation X, weil ich nicht Rücksprache mit ihnen genommen habe. Ich weiss nicht, ob sie ihren Namen hier lesen wollen oder nicht. Deshalb sage ich einfach X. Organisation X. Beinahe überall, also nein, zuerst blau, gibt es einen Eintrag, Eintrag bei einem Medienspiegel, wo sie in der Zeitung erwähnt wurden. Im Osin-Portal einen Beitrag aus einer Zeitung. Dann die gelben Orangen, Auskunft aufgeschoben, Auskunft aufgeschoben, Auskunft aufgeschoben, aufgeschoben. Und dann die pinkroten Einträge vorhanden, Einträge vorhanden, Einträge vorhanden. Einträge vorhanden. Aber man weiss nicht, welche Einträge. Und da finde ich, da wird es dann schon ein bisschen gefährlicher. Ich denke, hä, aber was haben die denn da für Einträge gemacht? Ich kenne diese Organisation und die setzt sich einfach ein für die Umwelt. Aber das sind nicht Terroristen. Also so versuchen wir, wenn wir mehrere solche Fischen haben, können wir ein bisschen herausfinden, wie das ganze System funktioniert mit den 12 Datenbanken. Hier ein Eintrag, den sie dann erhalten haben, ein Medienspiegel, für diese Organisation, auch praktisch alles eingeschwärzt. Ich weiß nicht, warum denn. Ein zum Schluss, oder beinahe zum Schluss, dem Fischen Eintrag zu Grundrechte Schweiz. Das war ein Demo-Aufruf, den wir mit unterzeichnet haben, wie sehr viele andere Organisationen auch. Zwischen uns keine Grenzen. Wir sehen die alternative Liste Bären, Augen auf Zürich, Autonomous Jule Zürich, Cedri, Cornelius Koch, DJS, Demokratische Juristen, Juristen, Freiplatzaktion, Grundrechte, Grüne, Grüne, Juso, Junge Grüne. Das geht dann noch weiter. Also aus dieser, unseren Fische sehen wir, dass der Nachrichtendienst des Bundes alle diese Organisationen oder ein Dokument aufgenommen hat mit allen diesen Organisationen. Er hat uns, dem Verein Grundrechte, dann eine Kopie geschickt. Wir gehen davon aus, dass alle anderen Organisationen eben auch diesen Eintrag hatten. Also sie haben ja die Demo auch unterstützt. Und so kann man dann vielleicht herausfinden, wo sind Kernpunkte in diesem Netzwerk, wo der Nachrichtendienst des Bundes dann so Linien zieht zwischen verschiedenen Organisationen. Wir haben hier ein bisschen das Problem, dass wir ja nicht einfach die Arbeit des Nachrichtendienstes replizieren wollen, nochmals genau dasselbe machen. Und gleichzeitig möchten wir aber wirklich auch besser herausfinden, wie der denn eigentlich funktioniert. Weiter ist im Januar 2020 ein Jahresbericht der Aufsichtskommission der Geschäftsprüfungsdelegation vom Nationalen Ständerat herausgekommen. Und die Geschäftsprüfungsdelegation muss eigentlich den Nachrichtendienst überwachen. Das ist eigentlich die einzige Instanz, die den geheimen Nachrichtendienst ein Stück weit überwachen kann, die also Fragen stellen kann, dort hingehen kann und so. Und jahrelang hat diese GPD nicht sonderlich viel gemacht, um zu schauen, ob denn dieser Nachrichtendienst alles gesetzeskonform macht. Und jetzt aber im letzten Jahr ist dann plötzlich ein bisschen Bewegung entstanden und im Jahresbericht dieser Kommission sind von mehreren Seiten wirklich Kritik an diesem Nachrichtendienst, die hart formuliert ist und auch Verbesserungsmassnahmen, die der Nachrichtendienst dann machen soll. Der Nachrichtendienst verteidigt sich und sagt, nein, nein, wir haben alles richtig gemacht, ja gut, ein bisschen müssen wir schon noch hängen. Aber man merkt, da ist auch ein Druck da. Also nicht nur von uns her, von der Strasse her sozusagen, sondern auch über diesen Umweg der GPD entsteht langsam ein bisschen Druck, dass man da etwas ändern muss. Die WOTS hat das im letzten November sehr klar auf den Punkt gebracht, hol dir deine Fische. Und das möchte ich wirklich auch hier in den Raum werfen, holt euch eure Fischen. Das ist wirklich nicht ein großer Aufwand und schickt dann uns gerne eine Kopie, damit wir das vergleichen können. So, Einsichtsbesuchstelle, Kopie und Grundrechte. Die nächsten Schritte dann, was wir machen wollen, das Vorgehen ist jetzt uns noch nicht so klar, weil das ist doch auch ziemlich arbeitsintensiv. Wir wollen die Antworten zusammenstellen, die wir erhalten, die kopieren. Wir wollen Schlüsseldokumente finden, wie eben dieser Demo-Aufruf bei SOSF oder bei kurdischen Menschen. Und wir wollen auch herausfinden, welche Rolle verschiedene Organisationen spielen. Zum Beispiel der Bundessicherheitsdienst, der im Bundeshaus für die Sicherheit verantwortlich ist. Offenbar hat er quasi automatisch, routinemäßig, Informationen, die er dort gesammelt hat im Bundeshaus, dem Nachrichtendienst weitergegeben. Das wissen wir ein Stück weit, weil da Einträge, das hat die GPL, die Geschäftsführungsdelegation hat es so geschrieben. Wir möchten das gerne auch selber herausfinden. Gut, bestellt heute noch deine Fischen beim Nachrichtendienst des Bundes. Und wer wird jetzt im Anschluss an diesem Tag die Fische bestellen? Ja, super. Ja, und eben gerne eine Kopie, dann können wir es auch weiter analysieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, ob jetzt auch noch Fragen sind oder Bemerkungen. Ja, wir haben schon noch Zeit für Fragen. Darf ich auch als C-Bewilligter meine Fische bestellen? Ja, klar. Logisch. Von den 900.000 Fischen, muss ich noch schnell sagen, waren nicht alle Schweizer Bökerinnen und Böker. Nein, aber das ist ja auch egal. Die Ausländer sind besonders fertig. Es war ein grösserer Anteil Ausländer, klar. Ja. Logo. Vor allem aus bestimmten Ländern und so. Ja. Gibt es eine Vorlage, für wie dieser Brief heiss sein muss? Ja. Musterbrief oder so? Eigentlich wollte auch Gattin Weber heute kommen. Sie ist langjährige Geschäftsführerin der SP1 Grundrechtsschweiz und sie war schon beim Archiv Nüffelsat dabei und sie hätte dann auch noch Broschüren mitgebracht, aber sie war jetzt heute verhindert. Die www-Adresse seht ihr hier, der HTTPS, Grundrechtsschweiz und dort findet man dann Musterbrief. Musterbrief für die Eingabe als Privatperson aus der Organisation und Musterbrief für das Nachfragen. Also wenn der Nachrichtendienst dann nicht antwortet oder nicht zufriedenstellend antwortet, kann man an den EDÖB, an den eidemessischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten gehen und der müsste dann dem NDB ein bisschen Druck machen. Musterbrief und damit keine Ausrede mehr. Also ich habe meine Frage, also meine Anfrage schon gestellt an den Nachrichtendienst und ich habe dann eine Antwort gekriegt, wo eigentlich im Wesentlichen drin steht, dass das Gesuch aufsteht aufgeschoben wird. Also ich habe eigentlich gar nichts gekriegt, mehr oder weniger. Ich habe das dann dem EDÖB weitergeleitet und der hat mir gesagt, dass wir mir in diesem Fall natürlich dieselbe, immer wiederkehrende Antwort leider liefern werden müssen, nämlich dass wir nichts sagen können. Das ist ja alles so festgeschrieben im Gesetz, oder? Ja. Jetzt zwei oder vielleicht drei Fragen. Also was sind eure Erfahrungen einerseits mit diesen Aufgeschobenen? Also kriegen die irgendwann mal noch etwas oder sind die einfach aufgeschoben für immer? Ich weiß von keiner, wo der Aufschub jetzt beendet wäre. Okay. Aber das kann ja noch kommen. Also ich will Ihnen jetzt nicht dieser Kritik machen, dass Sie das auf 20 Jahre aufschieben. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Dann zweite Frage. Also das sind jetzt eigentlich alles Organisationen eher aus dem linken Spektrum. Habt ihr auch Gesuche gekriegt von anderen, sage ich mal, Organisationen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber die müssten ja eigentlich gefährlich sein, denke ich mal. Ich weiß nicht. Nein, aber wir haben auch nicht dazu aufgerufen. Also wir haben Organisationen aufgerufen, die ich gezeigt habe, so ein bisschen, die uns politisch nahe stehen. Wir haben, glaube ich, so zum Beispiel die junge SVP und die SVP auch aufgefordert, Gesuche einzureichen, aber nicht weiter Organisationen am rechten Rand. Das mache ich nicht. Und dann noch zur letzten Frage. Jetzt habe ich ja ein Gesuch gestellt. Also das heißt, mindestens in der Geschäftsdatenbank müsste ich ja jetzt irgendwo dann mal als Korrespondent auftauchen. Genau. Macht es daher Sinn, sage ich mal, jährlich so eine Anfrage zu stellen, oder ist man dann gleich ein Gefährder? Ich gehe schon davon aus, dass diese Gewähr, die in der Mitte war, diese Geschäftsdatenbank, die ist einfach eine Adressliste wie ein Telefonbuch. Also da meine ich, ist noch nicht so viel Gefährliches drin. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, oder gibt es ein Recht, solche geschwärzten Passagen da einzig zu erhalten? Oder ist das einfach zu akzeptieren, das, was geschwärzt ist, das ist eben gefährlich? Nein, man kann sicher die Offenlegung verlangen, aber wie groß die Chancen dann sind, dass man damit durchkommt, kann ich nicht beurteilen. Man sollte das sicher machen, werden wir doch machen. Sie wollen sich, das ist ein Geheimdienst, der will nicht, dass man Ihnen in die Karten schaut. Ist es richtig, dass Sie sagen können, es gibt keinen Eintrag, obwohl es einen gibt, und Sie das verschweigen können, weil Sie sagen, es ist so brisant, dass wir das leugnen? Dann sagen Sie das, was der Kapuzen, rote Kapuzenpulli erhalten hat. Ja? Dann sagen Sie das. Also wenn man, es kommt darauf an, bei welcher Datenbank, das sind 12 Datenbanken, aber wenn man die Antwort erhält, bei einer Datenbank, bei der alle anderen eine Antwort erhalten haben, aber ich nicht, dann muss ich damit rechnen, dass dort irgendetwas ist, was Sie mir nicht geben wollen. Und Sie sagen dann nicht, wir haben nichts von Ihnen, wäre sehr gelogen, sondern Sie sagen, wir geben es Ihnen heute nicht. So quasi. damit Sie nicht so sehr lügen, Sie lügen ja nicht, Sie sagen, wir geben es Ihnen heute nicht. Da muss ich gleich nachfragen nochmals. Also sprich, wenn jetzt gar nichts vorhanden wäre, dann hätten Sie gesagt, es ist gar nichts vorhanden. Also muss ich davon ausgehen, da ich jetzt aufgeschoben wurde, dass da potenziell was vorhanden sein könnte. Wo waren die verschiedenen Datenbanken, dieses Beispiel da in der Mitte, ELD, da ist gar nicht mehr Lagedarstellung, oder was ist das? Da können die Abkürzung nicht auswählen. Da haben wir bei allen Fischen, die wir gesehen haben, ist die Auskunft aufgeschoben. Ja, wegen technischen Problemen. So, kann sein, ja. Also wenn bei deinem Eintrag in das aufgeschoben wurde, dann geht es dir so wie anderen auch. Hingegen, wenn, wie beim anderen Beispiel der Umweltorganisation, hier die anderen Auskunft aufgeschoben sind, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwelche Akten, die Sie jetzt nicht rausgeben wollen. sagt Eintrag vorhanden, sondern es heisst nur Auskunft aufgeschoben. Genau. Das andere heisst Einträge vorhanden, das ist eine andere Kategorie. Ich habe auch noch eine Frage. Können Sie etwas über die technischen Möglichkeiten der Datensammlung gerade im digitalen Raum sagen? Also haben Sie eine Ahnung, wie Sie vorgehen, was für Instrumente Sie haben? Nein, das wissen wir nicht so genau. Es gab in diesem Bericht der Geschäftsführungsdelegation eine große Kritik an der Abfragemöglichkeit der Volltextsuche, die wahrscheinlich über alle diese zwölf Datenbanken geht. Stell ich mir jetzt mal vor. die Volltextdatensuche und dass dann aber nicht vorgegebene Begriffe ausgewählt werden für die Volltextsuche, sondern dass jeder Beamte und jede Beamtin eigene Begriffe eingeben kann. Und dass dadurch natürlich nicht vergleichbare Resultate entstehen. Ich denke, wir können sagen, dass diese zwölf Datenbanken nicht systematisch aufgebaut und miteinander vernetzt wurden, sondern eher so eine Art wie da wucherte eine und da wucherte eine und da kam auch noch eine dazu und die musste man integrieren, weil die kamen schon von früher. So, also ich glaube, die haben schon noch aus. Aber vielleicht ist jemand da vom Nachrichtendienst. Kommt das jemand? Na, es könnte ja sein. Also wenn es heißt, Einträge vorhanden, erfährt man auch was für Einträge? Oder bleibt es einfach so mit Einträgen vorhanden? Der Inhalt? Im Moment hat diese Organisation den Inhalt nicht erfahren. Sie rekurrieren dann, aber haben noch keine Antwort. Wir wollen noch zur nächsten Frage. Viele Fragen. Nur eine Frage vielleicht zu der Organisation Grundrechte selber. Inwieweit beschäftigt ihr euch auch mit so diesem neuen Spannungsfeld zwischen so diesen technischen Möglichkeiten, die Nachrichtendienste jetzt haben und den demokratischen oder parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten? Also mit diesem, also sprecht ihr da auch mit den, also eben da kenne ich die Organisation zu weniger, aber sprecht ihr auch mit so diesen parlamentarischen Kontrollgremien oder so oder versuchst du da Lösungen zu finden, wie man das rechtlich oder grundrechtlich regeln könnte oder versuchst ihr einfach zivilgesellschaftlich nachzuzeichnen, was der NBW macht? Also wir verstehen uns als zivilgesellschaftliche Organisation, die herausgewachsen ist aus diesem Archiv in der Stadt Schweiz mit diesem Hintergrund und die Arbeit ist dann Öffentlichkeitsarbeit, auch politische Arbeit, eben Vernehmlassungen antworten oder Klagen einreichen auch. So, was die technischen Aspekte betrifft, da ist die digitale Gesellschaft einfach viel, viel besser mit Know-how. Also wir sind nicht Informatiker. Vielen Dank nochmal, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir können in der Pause auch noch weiter diskutieren. Jetzt ist nämlich die, es ist eine längere Pause, es geht um 15 Uhr weiter hier mit einem Vortrag über künstliche Schreiberlinge, wie man nichtmenschliche Diskussionsbeiträge erkennt. Nochmal vielen Dank, Christoph Müller, für diese zuteil erschreckenden... Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020